Hiiiiho Leute willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und heute gibt es den ersten Part von ähm eine Random Klasse, also wie soll ich es nennen, ich glaube wen ich nenne es die Random Klasse und zwar ich werde mir jetzt hier auf meinem Handy eine zufällige Klasse generieren was ist es ok die Vespa so Leute die Klasse ist hier eine Vespa ohne Aufsätze, ein Zemtex, zwei Erschütterungsgranaten, sechster Sinn, kugelsichere Vespa, Strahldämpfer und dann als Punktsehre hat es mir gegeben Drohne, Konterdrohne und Dart und ja dann würde ich sagen suchen wir jetzt mal eine Runde eine Klasse in einer Folge ja 15 Kugel ja 15 Kugel 20 Wendern zu krass 1 2 oh die Vespa ist schon geil nein Digger oh nein die ist nass wie hinter dir 5 ey jungen es ist halt so traurig rein ihr könnt ja mal auf Luca seinem Kanal vorbeigucken ähm ich blende euch hier mal den Namen ein mach das sofort hab ich schon kassiert was pimmelt boah ich bin gut, aber was okay, zwölf noch drei komm, ich achte noch der ist das ja, aber wenn es Wolbang war ja guck ja, so wie gesagt du Oh mein Gott, war das knall. Oh, Double. Ja, wir haben die 15 Kills, meine Freunde. Boom. Meine Freunde? Na komm. So Leute, das war's jetzt von der ersten Folge, eine random Klasse. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei meinem Bruder vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir eine Pussy-Wertung da. Like und abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschau. Äh, lalalala. Sorry. Tschau.